Die Macht des Gelds. Glitz. Halt! Polizei! Vincent Mora ist eigentlich ein knallharter Fall für die Polizei. Doch seine Fälle löst er selber. Warum sehen Sie in den Spiegel? Wir werden verfolgt. Sind Sie sicher? Wenn ein anderer Wagen die gleichen Kurven fährt wie meiner, ist es ein verdammt guter Grund, sicher zu sein. Wissen Sie, wer es ist? Nein, aber ich denke, es ist Zeit, es rauszufinden. Bon Appetit. Wer verfolgt die Spur eines Killers? Wissen Sie! Der vor nichts zurückschreckt. Es gibt schon genug Tote. Warum wirfst du dein Gewehr nicht weg? Warum? Wie ist es... Wir werden命 in Norden lassen. Vielen Dank.